guten morgen ja das ist ein aktueller katalog von thomas cook in die ferne träumen damit mussten sich dann doch einige thomas cook urlauber jetzt abfinden hier hinten seht ihr das aktuelle schreiben welches heute nacht an die vertriebspartner wie uns rausgegangen ist mit den aktuellsten informationen und da unser erstes video zu dem thema ja schon relativ große resonanz für uns erzeugt hat wollten wir euch einfach ein kleines update geben wie gesagt am montag hat der britische konzern die thomas cook group dann insolvenz angemeldet am 25 9 also gestern morgen dann die deutschen gesellschaften die thomas cook gmbh die thomas cook reisen gmbh die bucher und oeger gmbh die condor ist jetzt glücklicherweise durch eine bürgschaft vom bund und vom land hessen gesichert was den aktuellen betrieb angeht da hat man also auch keine probleme wenn man da ein flugticket hat oder über einen fremdveranstalter gebucht hat alle die bei neckermann thomas cook oeger airmarin also aus dem thomas cook house reisen gebucht hatten die sind gnadenlos aussortiert worden und werden das auch noch bis zum 13 10 das ist jetzt die aktuellste nachricht das heißt bis 13 10 sind die reisen komplett gestrichen da können wir gar nichts machen alle die bis dahin urlaub gebucht haben sollten sich jetzt schnellstmöglich umorientieren was neues buchen weil da wird jetzt ein riesen run auf die rest tickets losgehen die hotels wollen auch noch ihre betten füllen die ursprünglich von thomas cook gefüllt hätten werden sollen ja wichtig in dem zusammenhang ist auch dass die gäste mit 23 9 und 24 9 als der deutsche teil noch keine insolvenz angemeldet hat die können ihren schaden noch nicht einreichen 25 9 bis 13 10 da gibt es jetzt eine gute nachricht und zwar die können schon unter k aera minus ag punkt de ihren schaden einreichen und dann macht die zürich das ist der insolvenzversichere kommt dann auf die jeweiligen kunden zu inwieweit da die abdeckung stattfindet kann ich jetzt nichts hundertprozentiges sagen wichtig ist dabei ihr müsst eine bestätigung zu schicken den sicherungsschein natürlich und ganz wichtig die oder den zahlungs nachweis also kopie vom kontoauszug oder irgendwas dergleichen alles was nach dem 13 10 abreise geplant oder ansteht steht noch nicht fest darüber wird jetzt verhandelt vielleicht gibt es ja eine positive lösung ich habe schon noch ein bisschen rest hoffnung weil ja ist doch ein riesen volumen ist was hier stattgefunden hat und dadurch dass die condor schon ein entgegenkommen des bund und des landes hessen erhalten hat wäre es natürlich ein riesen ding wenn das auch in bezug auf die deutschen veranstalter marken klappen würde zumal geplant ist diese marken nicht vollständig einzustampfen sondern am leben zu erhalten jetzt kann man natürlich sagen okay die haben ihren jahrzehntelangen ruf sich erarbeitet und das war ja auch immer ein absolut positiver ruf jetzt haben sie auch noch ihren ruf deshalb jetzt ein klein wenig anders genau die rückreisenden die zum 23 9 also zu diesem blöden bekannt werden des ganzen dramas die unterwegs gewesen sind da gibt es eine sehr schöne sache und zwar gibt es eine kostenübernahme erklärung von seiten der zürich das heißt so wie ich es jetzt verstanden habe werden die alle ihr geld zurückbekommen und das ist denke ich auch eine ganz positive nachricht jeder der jetzt noch kreditkarten oder e-bahn lastschriften hatte also wer eine konto abbuchung hatte kann die zurück buchen das machen viele und kreditkarte geht soweit wir wissen nicht weil es sich hierbei um eine pauschalreise handelt und da gibt es wohl andere regelungen ja so viel zum aktuellen stand vielen dank fürs zuschauen fürs erste und natürlich auch ein ganz ganz lieben dank an unser team die hier außerplan mäßig das ganze noch mal zusätzlich zum normalen alltags geschäft bewerkstelligen bewältigen ganz großes lob und man muss hier ganz klar sagen das ist eine enorme belastung weil das auch nicht immer nur angenehme gespräche sind mit den kunden die kunden sind natürlich auch verärgert aber so geht es den ganzen reisebüros geht es den ganzen online suchmaschinen wahrscheinlich genauso oder thomas cook selbst ja so viel dazu ganz lieben dank und bis bald